Ja, dann begrüße ich Sie zur Vorlesung. Also wir machen heute eh noch ein paar Minuten zu Datenbanken. Da will ich ja noch über Einfüge, Bearbeiten von Datensätzen sprechen, was ja nicht prüfungsrelevant ist, aber ich finde, das gehört einfach dazu. Um die Fragen zu beantworten, ja und ja. Also ja, Sie können natürlich PyCharm verwenden anstatt Jupyter. Es ist dann aber ohne Support. Das heißt, wenn Sie sich zurechtfinden, kein Thema. Und man kann SQL-Datenbanken in PyCharm einbinden. Ich meine, meine Vorführungen hier in der Vorlesung mache ich ja auch alle in PyCharm. Das kann ich ja mal hier kurz zeigen. Also Sie brauchen dafür PyCharm Professional. Also diese Professional-Version, die Sie kostenfrei über eine Hochschul-Lizenz bekommen auf der Webseite. Und da machen Sie hier den Datenbank-Tab auf. Der ist unter View-Tool-Windows-Database. Und dann können Sie dort aufs Plus klicken. Und dort bei Datenquelle wählen Sie SQLite aus. Und dann kann man hier einfach die Datei auswählen. Und dann ist die SQLite-Abfrage direkt hier in PyCharm möglich. Ich erzähle es mal noch, wie man Einträge in Datenbanken modifiziert und Tabellen anlegt und so weiter. Erstmal jede Spalte in SQL hat ja einen konkreten Datentyp. Das ist ein bisschen vom Datenbanksystem abhängig. Grundsätzlich kann man sagen, es gibt Ganzzahlen. Das heißt meist Integer. Gleitkomma, also Zahlen mit Komma drin. Heißt oft Real. Dann Text. Der ist üblicherweise UTF-8 oder UTF-16. Also Unicode. Blob ist für alles, was irgendwie Binärdaten ist. Also alles, was kein Text ist. Und dann gibt es auch Sachen wie Date-Time. Das ist für Datumsangaben. Und je nach Datenbanksystem heißen die halt anders. Das sind die Namen, die SQLite verwendet. Und so erkennt halt auch das Datenbanksystem konkrete Werte, in der Datenbank akzeptiert werden oder nicht. Neue Tabellen erstellt er mit Quate-Table. Aber die Syntax für Quate-Table ist so hässlich, dass ich da eigentlich nur empfehlen kann, einen Code-Generator zu verwenden. Praktischerweise hat PyCharm den Code-Generator integriert. Das zeige ich direkt mal. Dazu macht man hier rechts in der Liste, rechtsklick auf die Datenbank, Neu-Table, also New-Table. Und dann geht dieser Assistent hier auf und dort können Sie einfach Sachen eingeben. Also hier oben geben Sie es ein und unten wird der Befehl generiert. Sehr komfortabel, zum Beispiel, ich nenne es mal Kunden. Und dann sage ich mal, die erste Spalte ist der Name und das ist vom Typ Text. Und dann sage ich mal noch, es gibt eine Kundennummer. Das ist ein Primärschlüssel. Und da können Sie jetzt hier unten immer sehen, der generiert automatisch den Code. Also Name-Text, Kundennummer-Int, dann irgendwie Constrain-Kunden-Pickup-Vimory-Key. Diese Syntax, die weicht auch vom Datenbanksystem zu Datenbanksystem ab. Und jetzt mache ich mal noch das drittes. Gibt es noch, ich sage mal noch irgendwie Anschrift-Text. Und dann hat der mir jetzt halt diesen Befehl hier generiert. Und der erstellt mir jetzt halt eine Tabelle Kunden mit diesen Spalten. Und das meine ich mit, die Syntax von dem Befehl ist recht kompliziert. Nehmen Sie da am besten einen Code-Generator. Und jetzt klicke ich hier auf Execute. Jetzt sieht man hier rechts in der Liste die neue Kundentabelle. Wenn ich da jetzt Doppelklick drauf mache, ist die natürlich leer. Ich enthält auch die Spalten Name, Kundennummer, ist der Primärschlüssel, hat so ein Schloss davor und Anschrift. Und die kann man jetzt zum Beispiel befüllen. Ja, also löschen geht mit Droptable. Da gibt man einfach den Tabellennamen danach ein, dann wird die Tabelle gelöscht. Und das war es auch schon. Und mit Kaskade werden auch Fremdschlüssel gelöscht. Sonst geht das hier nicht, weil Fremdschlüssel erst löschen verhindern. Nein, das machen wir nicht im Praktikum, weil das hier nicht prübungsrelevant ist. Deswegen möchte ich dafür keine Zeit investieren. Und das Lernen von Tabellen geht mit Trunkate-Table. Mit Trunkate-Table wird die Tabelle geleert. Also es funktioniert fast wie bei Views. Es gab ja auch DropView und jedenfalls das DropTable. Und Trunkate leert die Tabelle. Das heißt, die Spalten bleiben erhalten, aber die Tabelle selbst ist leer. Was ich, sagen wir mal, noch live vorführe, ist das Bearbeiten von Werten. Nehmen wir erstmal Insert Into. Mit Insert Into können Sie Zellen die Datenbank einfügen. Das zeige ich mal anhand unserer Tabelle von gerade eben. Die besteht hier aus Kunden, Nummer, Name und Anschrift. Ich mache jetzt erstmal Select Bearmen für Kunden. Die Tabelle ist jetzt erstmal leer. Jetzt mache ich hier Insert Into. Insert Into. Insert Into. Ich sage gleich abtippen. Insert Into Kunden. Dann hießen die Spalten ja... Ah ja, das PyCharm hat natürlich einen Riesenvorteil. Das verschlägt mir auch noch vor, was ich hier tippen will. So, Insert Into. Values. Das kann ich da schon machen. Gabriel, Kunden Nummer 42, Anschrift HS Mitweider, zum Beispiel. Das führe ich jetzt aus. Wenn ich jetzt wieder Select Stern vom Kunden ausführe. Jetzt mache ich hier vielleicht noch einen zweiten Eintrag. Was weiß ich. Was weiß ich. 10. Berlin. Jetzt ist auch noch ein zweiter Eintrag drin. Und so kann man halt Einträge in der Datenbank einfliegen mit Insert Into. Natürlich kann das PyCharm auch aus CSV-Dateien einlesen, aber das zeige ich jetzt mal nicht. Das ist das Insert Into. Und Sie können natürlich mit Update Werte bearbeiten. Ich mache jetzt mal beispielhaft Update Kunden Set Name gleich Tina, so weiß ich, umgezogen nach Dresden. Hier haben wir Set Anschrift gleich Dresden Where Name gleich Tina. Und das sagt jetzt dafür, jetzt wird die Zeile, jetzt werden alle Zeilen aktualisiert, wo diese Bedingung hier passt. Also alle Zeilen, wo diese Bedingung hier hinhaut, da wird jetzt die Anschrift auf Dresden geändert. Das führe ich mal aus. Ich mache wieder Select Stern vom Kunden. Jetzt können Sie sehen, aus Berlin wurde hier Dresden. Das zeigt übrigens mal eine Stelle, wo SQL irgendwie ein bisschen so Designfehler drin hat. Wenn man die Where Bedingung vergisst, also so hier, dann ändert der einfach alles. Ich finde, das ist ein Verhalten, das möchte man eigentlich auf keinen Fall. Weil das macht ja eigentlich Daten kaputt. Ich führe es mal aus. PyCharm war ein sogar eine unsichere Abfrage. Das Update Statement ohne Where wird alle Zeilen in der Tabelle auf einmal aktualisieren. Also ja, das ist sehr destruktiv. Er warnt mich sogar, aber ich drücke mal drauf. Aber ich mache jetzt mal Execute. Und jetzt hat er halt wirklich alle Datensätze in der Tabelle. Gut, das waren nur zwei mit Dresden Ersetzer. Wäre es jetzt eine Tabelle mit so zehntausenden Zeilen oder sowas, hätten Sie jetzt Pech. Und diese Warnung, die da gerade kam, die zeigt halt PyCharm an. Ich glaube, die ist neu. Letztes Jahr gab es die noch nicht. Kann man es rückgängig machen? Nein. Die Transaktion wird automatisch abgesendet. Also hier muss man einfach aufpassen. Das ist ein destruktiver Befehl. Das ist irgendwie voll der Designfehler. Steht hier auch nochmal ein Update ohne Where. Ersetzt alle Zeilen in der Tabelle. Das ist normalerweise nicht erwünscht. Also mir fällt gerade keine Schlagzeile ein, wo das Problem auftrat. Aber ich kann mir vorstellen, dass damit bestimmt schon unzählige Daten verloren gegangen sind. Aber die generelle Redewendung in der Informatik ist ja kein Backup, kein Mitleid. Das heißt, da muss man wohl ein Backup wiederherstellen. Und wer keins hat, hat halt Pech. Noch schöner als Update, weil es den gleichen Bug hat oder eher Designfehler, ist Delete. Mit Delete können Sie Zellen löschen. Zum Beispiel Delete vom Kunden Where Name gleich, oder ich mach mal Where Kundennummer gleich 42. Jetzt wurde hier mein Datensatz gelöscht, wenn ich das nochmal abfrage. Ist also weg. Gleicher lustiger Gag hier. Wenn man das Where vergisst, löscht er einfach alles. Dort warnt er mich auch. Wieder unsichere Abfrage. Ein Delete ohne Where leert die komplette Tabelle. Da muss man echt sagen, da merkt man halt einfach, wie alt SQL ist. Solche Sachen würden heutzutage vermutlich eher nicht mehr so durchgewunken werden, weil das ist ja offensichtlich komplett unsicher. Also es gibt eigentlich keinen Grund, das zu machen. Oder wenn, dann würde man sich vermutlich überlegen, dass man irgendwie noch Force oder sowas dahinter schreiben müsste. Also irgendein Keyword einfügen, um zu zeigen, ich bin mir voll sicher, was ich hier gerade mache. Aber ja, hier muss man einfach aufpassen. So, und jetzt ist die Tabelle leer. Insbesondere gibt es überhaupt keinen Grund für diesen Befehl hier, weil es gibt noch Truncate-Table. Der Sinn von Truncate-Table ist, die Tabelle zu lernen. Das hier ist eher ein Designfehler. Also da hat man halt versehentlich auch so sehen was gelöscht. Und das Truncate-Table hier sorgt halt dafür, das hier zeigt halt direkt die Intention, dass sie wirklich die Tabelle lernen möchten. Ja, das wird vermutlich wirklich die Idee gewesen sein. Wer sich das vorher ausgedacht hat, hat man da halt kein wirkliches Bewusstsein über dieses Problem gehabt. Aber das zeigt sich eigentlich, dass es eine schlechte Idee ist. Das mit Force war nur ein Beispiel. Also man hätte noch ein weiteres Keyword einfügen können, zum Beispiel Force. Force heißt hier erzwingen. Dass man sich halt sicher ist. Aber wie gesagt, es gibt halt keine Schutzfunktion hier. Wenn Sie nicht aufpassen, verlieren Sie Daten. Ist halt so. Ja, und das wollte ich mal noch kurz erwähnen. Das war jetzt auch schon das, was ich noch zu Datenbanken sagen wollte. Ich meine, es verhält sich ja fast wie Linux-Kommando-Zeilenbefehle. Wenn Sie dort RM zum Beispiel machen, dann wird ja auch gelöscht, ohne dass es einen Papierkorb gibt. So, das ist komplett egal, ob man hier Leerzeichen einfügt. Das macht keinen Unterschied. So, jetzt fangen wir also mit der richtigen Vorlösung für heute an. Das ist also Einführung in Python 3. Meine Literaturempfehlung dafür ist wieder von StartPress. Bei denen habe ich ja schon diesen Menga Guide to Databases empfohlen bei SQL. In dem Fall der Python-Quest-Cores in der zweiten Auflage. Das heißt, wer schon mal ein Python programmiert hat, für sie ist die ganze Veranstaltung jetzt vermutlich komplett uninteressant, weil ich nur relativ einfache Sachen bespreche. Nur schon mal als Vorwarnung. Ja, erstmal, was ist überhaupt Programmieren? Also Programmieren bezeichnet generell so das Erstellen von Computerprogrammen und Software. Und so ein Programmierer setzt so Spezifikationen um. Die können wir so in einem sogenannten Pflichtenheft. Das ist ein Begriff aus der Softwaretechnik. Das Pflichtenheft ist im Prinzip ein Dokument, was von einem Auftraggeber erstellt wird. Und das hat eine gewisse Struktur. Und dort steht halt drin, was die Anforderungen sind, die von dem Programmiererteam umzusetzen sind. Oder es gibt einen konkreten Algorithmus. Was Algorithmen genau sind, werde ich in der kommenden Vorlesung mal genauer besprechen. Und unsere Sprache der Wahl ist Python. Python wurde 1991 veröffentlicht. Von einem Herrn Guido van Rossum in Amsterdam. Und das ist eine Skriptsprache. Skriptsprache bedeutet, diese Sprache ist interpretiert. Das heißt, man kann sie zahlenweise ausführen. Also es gibt Unterschiede zwischen verschiedenen Programmier- und Skriptsprachen. Manche Sprachen, die muss man erst, nennt sich, kompilieren. Das heißt, man hat die komplette Datei mit dem Quelltext. Das übersetzt man in Maschinencode und führt dann den ganzen Code auf einmal aus. Skriptsprachen kann man zahlenweise ausführen. Das Tolle daran ist, man kann leichter mit dem Code experimentieren, weil man kann einfach einzelne Zeilen ändern und gucken, was passiert. Skriptsprache werden gerne für die Automatisierung von Abläufen verwendet. Einfach, weil sie recht flexibel sind. Und nebenbei können Skriptsprachen oft auch eingebettet werden. Viele Spiele nutzen meist für ihre Spielelogie im Hintergrund. Also Sachen, die schnell geändert werden sollen, nutzen sie oft gerne Skriptsprachen wie Python oder Lua. Einfach, weil die flexibler sind als so statisch kompilierte Sprachen wie C++. Python ist schwach bzw. dynamisch typisiert. Das bedeutet, sie müssen Datentypen nicht angeben. Sie haben zum Beispiel so etwas wie x ist gleich 1. Sie haben zum Beispiel x ist gleich 1. Und dann erkennt Python automatisch, aha, das ist ein Zahlentyp. Und dann hat x halt den Typ Zahl, also Ganzzahl. Oder sie machen Ask, sage ich, Anführungsstriche, Hallo, Anführungsstriche. Dann weiß Python, das ist Datentyp String, also Zeichenkette. Also dynamisch Sachen ändern, während die Anwendung läuft. Das geht auf jeden Fall. Das werden Sie jetzt ja auch gleich sehen, wenn wir Jupyter verwenden. Da können wir beliebig die Codezellen ändern. Wir können das live ändern. Genau, Sie können halt einzelne Abschnitte ändern, ohne das komplette Programm neu zu bauen. Das kann ja teilweise Minuten dauern, je nachdem wie komplex es ist. Und mit Skriptsprache haben Sie da oft mehr Flexibilität, weil das zahlenweise ausgeführt wird. Zudem ist Python mit dem Ziel entwickelt worden, einfacher lernbar zu sein, aufgrund seiner einfachen Syntax. Und es ist auch die beliebteste Skriptsprache, auch unabhängig von der Softwareentwicklung. Also es wird in verschiedensten Gebieten eingesetzt, deswegen ist Python eigentlich ein guter Kandidat. Von Python gibt es mehrere Versionen, einmal Python 2 und Python 3. Da überlege ich jetzt gerade, ich kann nicht, ob es jemals Python 1 gab. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Es gibt eigentlich Verbreitung, hat auf jeden Fall Python 2 und Python 3. Python 3 gibt es seit 2008. Das heißt, also ich meine, das ist schon 13 Jahre her. Also es müsste ja eigentlich heißen, Python 3 müsste mittlerweile super verbreitet sein. Aber der Umstieg hat mal wieder generell ewig gedauert. Das ist so das typische Problem. Da müsste man ja als Firma Geld reinstecken, um halt den alten Code von Python 2 auf Python 3 zu portieren. Und deswegen setzt man das Problem einfach aus. Aber der Python 2 Support ist 2020 endlich ausgelaufen. Das heißt, es gibt keine Updates mehr für die Software. Das heißt, offiziell kann man es eigentlich nur noch Python 3 einsetzen. Wenn Sie schon mal Python 2 erlernt haben, wird Ihnen der Umstieg auf Python 3 aber nicht so schwer fallen. So viele Sachen haben sich da eigentlich gar nicht geändert. So, hier ist mal dargestellt die beliebteste Programmiersprache laut Pipple Ranking. Dieser Index, der wird, wie wird dieser Index ermittelt? Was machen die? Die machen Google auf und suchen nach den Worten Python und Tutorial. Und das machen die mit allen Sprachen. Und das, was die meisten Suchergebnisse hat, das wird dann prozentual so gewertet. Also, man kann jetzt diskutieren, ob das eine gute Metrik ist oder eine schlechte Metrik. Das könnte natürlich auch heißen, dass die Sprache einfach komplett grausam zu programmieren ist, man sehr viele Anleitungen braucht. Aber es haut auf jeden Fall hin, dass Python sehr beliebt ist. Also, das passt von der Tendenz her, dass hier Java so weit vorne ist. Das wird halt vor allem im Enterprise-Bereich eingesetzt. Aber, naja. Na, was ist der Unterschied zwischen Java und JavaScript? Also, eigentlich viel gemeinsam haben die beiden gar nicht. Die sind halt von der Syntax, also wie man die Programme schreibt, relativ ähnlich. Aber ansonsten gibt es eigentlich keinen Unterschied. JavaScript ist die Sprache, die im Web verwendet wird. Also, alles, was hier im Web-Browser läuft, nutzt JavaScript. Und Java ist halt einfach eine alternative Programmiersprache, die meist auf dem normalen, auf dem lokalen Computer läuft. Zum Beispiel PyCharm ist auch in Java programmiert. Das wird für sehr viel Software eingesetzt. Und die meisten Android-Programme sind auch in Java programmiert. Hier ist die Frage, gibt es eine Übersetzer-Software, um Python 2 nach Python 3 zu übersetzen? Ich glaube, teilweise gibt es da Tools, die das können. Das Problem ist, dass Python halt dynamisch typisiert ist. Und deswegen ist es da recht schwer, automatische Umwandlungen zu machen, einfach weil die Informationen über die Datentypen fehlen. Und wenn man keine Datentypen hat, lässt sich dann teilweise der Code nicht fehlerfrei konvertieren. Es gibt teilweise Hilfsfunktionen, damit dann alter Code auch wieder in Python 3 funktioniert. Eine andere Metrik hier ist GitHub. GitHub ist das größte Portal, wo so Open-Source-Software veröffentlicht wird. Also Open-Source ist quelloffene Software. Und da kann man halt so als Metrik nehmen, welche Projekte... In dem Fall ist das die Statistik über die Pull-Requests. Pull-Request ist etwas, das heißt, da hat jemand Code programmiert und möchte jetzt, dass dieser Code halt in ein Programm integriert wird. Und um das zu machen, öffnet man einen sogenannten Pull-Request. Dann wird das halt von den Entwicklern untersucht, ob der Code gut ist. Und wenn ja, wird der Code übernommen oder abgelehnt oder geändert und so weiter. Und diese Statistik zählt halt, wie viele Beiträge es in Art von Pull-Requests gibt. Und da kann man sehen, da sind ganz weit vorne JavaScript und Python. Das heißt, das hier zeigt es etwas anders. Hier war noch irgendwie Python der Spitzenreiter, ganz weit vorne. Mit JavaScript deutlich hinterher. Und wenn man die GitHub-Metrik nimmt, ist JavaScript kurz vor Python. Python. Also diese ganzen Metriken haben alle mal einen gewissen Fehler, je nachdem, wie man die betrachtet. Man kann aber auf jeden Fall zum Fazit sagen, Python ist ziemlich beliebt. Insbesondere ist Python in sehr vielen Anwendungsgebieten im Einsatz. Zum einen zur Datenanalyse. Da gibt es sehr viele schöne Bibliotheken. Das ist eigentlich auch der Hauptsinn von Jupyter. Mit Jupyter wird vor allem Datenanalyse gemacht. Wobei wir darauf kaum eingehen werden können, da wir nur so wenige Veranstaltungen zu Python haben. Und Datenanalyse doch recht fortschrittliches Thema ist. Dann kann man auch Web-Entwicklung mit Python machen. Da gibt es sehr viele schöne Frameworks. Dein Leben mit Life Sciences wird primär auch für Datenanalyse verwendet. Man kann damit Sachen automatisieren, indem man kleine Skripte schreibt. Maschinelles Lernen wird... Das sind eigentlich alle Sachen, die Google so beigetragen hat. Das nennt sich TensorFlow. Ist da nutzter Python. Also maschinelles Lernen ist sowas, dass man zum Beispiel Mustererkennung macht, zum Beispiel so Texterkennung. Und es gibt auch eine Variante von Python für Mikrocontroller. Nennt sich MicroPython. Da kann man halt Mikrocontroller auch mit Python programmieren. Wobei ich in dem Gebiet keine Erfahrung habe, weil ich habe keine Mikrocontroller, die MikroPython können oder sowas. Habe ich also nur gelesen, dass das geht. Wie gut das funktioniert, kann ich aber nicht sagen. Warum handeln wir überhaupt hier irgendwelche Programmiersprachen wie Python? Also generell ist es sinnvoll, beim Irgendwann mit Computer so grundlegende Kenntnisse zu haben in irgendeiner Skriptsprache. Weil Sie können damit viele Sachen automatisieren. Zum Beispiel können Sie irgendwelche Routineaufgaben vereinfachen. Also Sachen, die Sie regelmäßig machen. Das können Sie einfach wegautomatisieren, statt dass Sie dann irgendwie umständlich, was weiß ich, die Dateien irgendwo einsortieren. Lassen Sie das Skript machen, was anhand von irgendwelchen Informationen in der Datei das einsortiert. Und Sie können natürlich auch filtern, visualisieren und so weiter. Und der ganze Ansatz hier ist im Hands-on-Prinzip. Wir machen das hier mit dem Hands-on-Prinzip. Hands-on heißt, dass ich hier was in Jupyter zeige. Und wenn Sie möchten, können Sie es mitmachen. Wobei ich vermutlich teilweise etwas zu schnell bin und Sie nicht dann immer ganz mit Abtippen hinterherkommen werden. Ich habe aber das Jupyter-Notebook auf Moodle schon veröffentlicht. Also das leere Jupyter-Notebook, was ich jetzt im Laufe der Veranstaltung befüllen werde. Und da können Sie jetzt entweder live mitmachen oder Sie schauen zu, ich werde das ausgefüllte Notebook im Anschluss hochladen. Und wenn Sie komplexere Sachen machen möchten, also etwas, was den Rahmen dieser Veranstaltung hier übersteigt, ich kann nur PyCharm empfehlen. Ich finde, das ist die beste Entwicklungsumgebung für Python. Das ist ein guter Hinweis. Also wenn Sie mal irgendwas nicht verstehen, nutzen Sie das Internet. Sie haben das weltweite Wissen vor sich. Schauen Sie einfach mal, ob Sie irgendwelche Anleitungen entweder in Textform oder in Videoform finden, je nachdem, was Ihnen lieber ist. Das einzige Haken ist da immer, man kann natürlich so als Anfänger oft nicht bewerten, ob die Anleitung gut oder schlecht ist. Wenn Sie mal irgendwas finden und vielleicht mal ein kurzes Feedback dazu möchten, ob das gut ist, also Sie können mir gerne mal den Link schicken. Dann würde ich mal kurz drüber gucken. Ich kann es natürlich nicht im Detail anschauen, aber ich kann zumindest kurz sagen, das ist gut oder das ist Müll. Das Thema Prüfung werde ich im Anschluss noch besprechen. Das machen wir nachbeifend. Warum kein SAP? Das liegt vor allem an meiner Einstellung. Wir fahren ja alle voll auf freie Software ab. SAP ist keine freie Software. Das können Sie zu Hause nicht nutzen. Und ich habe ja auch keine Lizenzen dafür. Das ist eigentlich auch schon der Grund, der gegen Microsoft Office spricht. Das könnte auch nicht jeder mitmachen. Vor allem ich nicht, weil ich hier Linux Nutzer bin. Aber ich würde erwarten, dass es bei Betriebswirtschaft und vermutlich Wirtschaftsingenieurwesen noch irgendein Modul gibt, wo Sie auch mal mit SAP arbeiten. Genau, ich schreibe da rein, es kommt in einem anderen Modul noch mal vor. Deswegen ist es nicht so tragisch, dass ich das nicht erwähne. Aber ich hoffe mal bei SAP können Sie Ihr Wissen über Datenbank abfragen, was ich Ihnen hier vermittle, irgendwie nutzen. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie SAP funktioniert. Ja, also das hier ist jetzt das Jupyter Notebook, was ich meine. Wie gesagt, das können Sie jetzt auch parallel mal aufmachen, wenn Sie es schon haben. Noch mal zum generellen Umgang mit Jupyter Notebooks. Ich meine, das habe ich jetzt schon dreimal erwähnt. Achso, und als, also auch schon zweimal im Praktikum. Als Hinweis, dieses erste Kapitel hier basiert auf einem englischen Sammlung von Jupyter Notebooks. Das finden Sie unter dem Link hier. Hier oben original verfügbar unter GitHub.com und so weiter. Dort sind sehr schöne Beispiele zum Thema Datenauswertung drin. Also, wenn das interessiert, Sie können auch mal das Original hier oben anklicken, da sind noch deutlich mehr Sachen drin, als ich jetzt erwähnen werde. Ja, generelles Handling wissen Sie ja noch. Mit Steuerung Enter führt man ja Zellen aus. Alt Enter fügt neue Zellen ein. Und mit DD, das ist ja so das übliche Kürzel von einem bestimmten Texteditor, mit DD löschen Sie Zellen. Also, das kannten Sie ja schon. Das haben wir schon zweimal in den letzten zwei Wochen im Praktikum besprochen. Reden wir erstmal über Zahlen. Also, man kann natürlich in der einfachsten Art erstmal Python als Konsolen-Taschenrechner verwenden. Das erste Mal, Python besitzt zwei Arten von Zahlen. Zum einen Ganzzahlen und zum einen Gleitkomma, also Zahlen, die mit Komma getrennt sind. Das ist zum Beispiel eine Ganzzahl hier, die 1. Und das hier ist eine Kommazahl. Sie müssen hier aufpassen, das nutzt natürlich englische Schreibweise, das heißt, das Komma wird mit einem Punkt angegeben. Das ist also 1.3 und das entspricht 1,3. Das ist bei den meisten Programmiersprachen so, da müssen Sie einfach aufpassen. Wenn Sie hier 1,3 machen, ist das kein Fehler. 1,3, das Komma definiert hier einen Tupel, also eine Liste. Das heißt, das hier ist kein Syntaxfehler, der macht einfach nur das Falsche. Deswegen, da müssen Sie unbedingt aufpassen, dass Sie nicht Punkt und Komma verwechseln. Kommazahlen können auf verschiedene Arten geschrieben werden. Zum einen natürlich so hier, zum Beispiel 1,3, aber auch in sogenannter Exponentenform in der Form 1 mal 10 hoch n zum Beispiel 5 e3. Das entspricht also 5 mal 10 hoch 3. Das müssen Sie sich nicht unbedingt merken. Das sieht man manchmal vor allem bei Taschenrechnern, wenn die Stellen alle sind, wird dann meist auch sowas hier angezeigt. Das nennt sich Exponentenform. Ja, und das sind eigentlich die zwei Zahlen, die es in Python gibt. Es gibt natürlich auch noch komplexe Zahlen, aber die interessieren uns eher nicht. Also normale Ganzzahlen können beliebig groß sein. Gleitkomma ist limitiert von der Größe her. Ich zeige mal ein paar einfache Rechenoperationen in Python. Die Operatoren dafür sind die folgenden, wie hier dargestellt, also plus, minus, mal durch, Restdivision und Potenz. Ich führe mal alle davon beispielhaft aus, zum Beispiel mit, ich mache mal 1 plus 2. Da kommen natürlich 3 raus, also ganz normal wie bei einem Taschenrechner. 1 minus 2. 3 durch 2. Also in dem Fall die Division hier. In anderen Programmiersprachen und auch in Python 2 übrigens wird bei dieser Division hier die Kommastelle abgeschnitten. Bei Python 3 wird die Kommastelle mit berücksichtigt. Das heißt, 3 durch 2 ist 1,5. Also wie man es erwarten würde. Es gibt aber Fälle, wo das Komma unerwünscht ist, also der Dezimalanteil. Dafür gibt es den Operator doppelter Schrägstrich. Der schneidet das Komma ab. Achso, und die Raute ist übrigens ein Kommentar. Also hier wird nicht gerundet, das Komma wird einfach abgeschnitten. Das heißt, das Punkt 5 fällt einfach weg. Also der rundet gar nicht. Ja, Zahlen wie E oder Pi gehen, aber dazu bräuchten Sie das Mathe-Modul. Kann ich ja gleich mal zeigen. Ich mache das hier immer noch fertig. Dann Modulo. Modulo gibt hier an den Rest der Division. Also 5 durch 2 wäre 2,5. Und wenn Sie das halt als Ganzzahl-Division betrachten, also so hier, gibt das halt an, wie viel Übertrag da ist. Also Modulo ist der Übertrag wie der Rest aus der Grundschule. Das hatten wir auch bei der Binärrechnung. Und das letzte ist noch der Potenzoperator. Da müssen Sie aufpassen, das ist nicht der hier. Der hier ist XOR. Also exklusiv O da. Potenz ist das hier. Ich mache mal 2 hoch 10. 1024. Und das kann beliebig groß sein. 2 hoch 64. Und nehmen wir mal die Kombination für IPv6. 2 hoch 128. Also die Zahlen können beliebig groß werden. Das ist bei vielen Programmiersprachen nicht so. Bei Python sind Zahlen halt so aufgebaut, dass die beliebig groß sein können. Das verhindert einige Überraschungen auf Kosten der Geschwindigkeit. Die Frage war, geht doch sowas wie E oder Pi? Das geht in der Tat. So als Einschub, das mache ich in der nächsten Fäusern auch nochmal. Dazu benötigen Sie das Mathe-Modul. Und dann geht zum Beispiel math.pi oder math.e. Dort gibt es auch die Quadratwurzel natürlich. Zum Beispiel die Quadratwurzel von 4 aus 2. Also die meisten komplexere Mathe-Sachen sind alle im Mathe-Modul drin. Das werden wir uns aber zu einer anderen Zeit nochmal genauer angucken. Also das hier ist ein sogenanntes Modul. Damit kann man halt Sachen freischalten mit neuen Funktionen. Life hat sehr viele Module. Wir werden auf ein paar davon eingehen. Aber bei Weitem nicht auf alle. Natürlich. Also wenn Sie den Trick wissen, also ich meine genau wie hier einer schreibt, also die Quadratwurzel ist ja die Potenz von hoch 1,5. Das ist also hier mal 4 hoch 0,5. Und das ist natürlich auch 2. Also das geht natürlich auch. Ist ja einfach die Umwandlung der Quadratwurzel. Und ja, im Prinzip kann man sagen, das ist objektorientiert. Das ist die Klasse. Und das ist eine statische Methode der Klasse. Kann man schon so sagen, aber die Begriffe sagen den meisten hier vermutlich nichts. Also das ist jetzt so als Beispiel, wie man damit einfach rechnen kann. Problem ist jetzt natürlich noch, Sie können die Ergebnisse nicht abspeichern. Also ich meine, die stehen zwar ja unten drunter, aber Sie können ja den Ergebnissen nicht weiterarbeiten. Dafür benutzt man Variablen. Variablen sind beliebige Zeichenketten. Okay, es gibt ein paar Einschränkungen. Die dürfen nicht mit Zahlen anfangen und sollten am besten nur A bis Z und Zahlen enthalten und zum Beispiel ein Unterstrich. Beispiel, ich möchte mal eine Zahl definieren. Ich sage mal, Zahl ist gleich 42. Wichtig ist, die Zuweisung ist immer von rechts nach links. Das heißt, das, was Sie zuweisen, steht rechts und wo Sie es hinzuweisen, steht links. Das kann man nicht drehen. Jetzt hat also Zahl den Wert 42. Wenn ich das ausgebe, können Sie sehen, Zahl hat den Wert 42. Aber ich mache so etwas wie Zahl plus 1, dann hat das den Wert 43. Und natürlich kann man auch Variablen mit Variablen kombinieren. Zum Beispiel, was weiß ich, Zahl ist gleich, mal noch Zahl 2 ist gleich 10. Und dann mache ich Zahl plus Zahl 2 und das ist dann 52. Also Variablen sind im Prinzip eine Benennung von Werten. die erhöhen halt die Codelesbarkeit, weil dadurch wird die Intention klarer. Weil in der Regel sollte man die Variablen so benennen, dass der Zweck von denen offensichtlich wird. Und der Code ist immer generell lesbarer, wenn Sie mehr Variablen verwenden anstatt irgendwelche Konstanten. Das hier ist auch, wie ich gesagt habe, die Eigenschaft von einer dynamischen Sprache wie Python. Diese Variable hier bekommt automatisch den Datentyp int, also Ganzzahl, Integer. Das zeige ich hier mal. Ich mache mal Type Zahl. Also die Funktion Type ist eine eingebaute Funktion, die den Datentyp zurückgibt. Da können Sie sehen, Zahl ist eine Ganzzahl, also Integer. Gleitkommazahlen haben den Typ Float und so weiter. Also Sie merken, Python ermittet den Datentyp automatisch. Und Python, wenn Sie mehrere Datentypen kombinieren, z.B. 1 plus 1,0, dann ermittelt Python hier trotzdem Float, weil Float ist der genauere Typ hier. Weil sonst würde ja die Kommastelle verloren gehen hier. Und Sie können natürlich auch eine Variable in eine Variable zuweisen. Angenommen, ich möchte jetzt eine neue Variable einführen, die heißt Nummer und die soll den Wert von Zahl haben. Da können Sie das hier schreiben. Jetzt bekommt Nummer den Wert, der in Zahl drin steht. Deswegen ist diese Rechts- nach Linkszuweisung relevant, weil hier uns natürlich damit hier sonst wäre dieser Befehl nicht eindeutig. Das heißt also, der Wert, der in Zahl steht, wird Nummer zugewiesen und Nummer ist dann auch 42. Wer schon programmieren kann, ist, das ist eine Kopie. Und das heißt, wenn Sie jetzt Zahl ändern, Nummer behält den Wert. Das sind keine Referenzen oder sowas, das ist eine Kopie. Und wenn Sie versuchen, auf eine unbekannte Variable zuzugreifen, erzeugt das einen Name-Error. Okay, das war jetzt gerade, jetzt habe ich durch Zufall gerade eine Variable- die es schon gibt. Das Beispiel X, dann kommt hier Name-Error, der Name X ist nicht definiert. Ist auch, wenn Sie irgendwas addieren wollen, zum Beispiel As gleich 10 plus X, kommt das gleiche, Name-Error, Name X ist nicht definiert. Das heißt, Sie können nicht mit Variablen arbeiten, die undefiniert sind. Das ist auf jeden Fall was Positives. Es gibt Programmiersprachen, die erzeugen die Variablen automatisch und geben denen den Wert 0. Was in der Regel ein komplett doofes Verhalten ist, was nur Fehler erzeugt, weil dann hat man irgendwelche Variablen drin. Kann man Nummer und zwei gleichzeitig ausgeben? Ja, in der Tat. Sie können zum Beispiel mit Komma getrennt als Tupel das machen, also so hier. Also Komma ist ja, Sie möchten eine Liste erzeugen und dann haben Sie die beiden. Ja, das ist jetzt erstmal sehr grundlegend gewesen. Sie wissen jetzt also schon mal, wie man Variablen erzeugt, Werte zuweist und rechnet. Das ist also nicht viel anders als auf einem grafischen Taschenrechner. Sie haben hoffentlich alle schon mal einen grafischen Taschenrechner bedient und dort auch mit Variablen gearbeitet. Also mein Taschenrechner hatte ja zumindest die Variablen A bis Z. Die konnte man nicht anders benennen, aber da können wir meine Zahlen drin abspeichern. Und ja, genau, also x ist 1 plus x geht natürlich auch. Also ich mache jetzt mal Nummer ist gleich Nummer plus 1 und dann gebe ich Nummer aus. Das ist jetzt 43, 44, 45, 46, 47 und so weiter. Also bei jeder Ausführung wird jetzt natürlich Nummer um 1 erhöht. Zwischen Datentypen kann gewandelt werden. Da benutzt man der Fachbegriff dafür und nennt sich Cast. Also mit Casten kann man Typen von Variablen ändern. Angenommen, sie haben eine Gleitkommazahl, zum Beispiel x. Zu der Frage mit dem Computer-Algebra-System. Also Python kann das, ich würde sagen, Python kann das nicht direkt, beziehungsweise ich wüsste jetzt zumindest nicht wie. Gucken Sie ja mal auf den Jupyter-Server der Hochschule. Da gibt es ja neben Python als Kernel auch noch SageMath als Kernel. Das ist so eine Art Computer-Algebra-System, was auf Python basiert und das hat sehr viele Funktionen drin, um so mathematische Gleichungen und so was zu lösen. Da ist hundertprozentig so ein Löser mit drin. Könnte ich aber gerade nicht auswendig sagen, wie der funktioniert. Ja, also ich habe jetzt hier x ist 1,9 und der Typ von x ist jetzt float und ich hätte die jetzt gerne mal in eine Ganzzahl umgewandelt. In eine Ganzzahl umwandeln heißt, das Komma wird abgehackt. Das heißt, die wird nicht gerundet. Aufpassen. Carsten macht man hiermit. Sie geben den Datentyp an, den sie wollen und übergeben dort drinnen die Variable. Und jetzt habe ich halt x, ich nenne es mal y, jetzt habe ich x in eine Zahl umgewandelt und das Komma wurde abgehackt. Teilweise ist ja nicht wünschenswert, dass das Komma abgehackt wird. Um dieser Frage mal vorzugreifen, mit der Funktion round, das ist auch eine eingebaute Funktion im globalen Namensbereich, wird kaufmännisch gerundet. Also merken, nach int-casten hackt das Komma ab und gerundet wird mit round. Das ist also ein kleiner Unterschied. Und was man davon will, ist natürlich ein bisschen so abhängig vom Anwendungsfall. Und was Sie auch noch machen können, Sie können Werte in Wahrheitswerte umwandeln. Das geht mit dem Cast nach bool. bool nennt sich boolean, also im Sinne von bool'sche Algebra. Ein bool-Wert kann wahr oder falsch sein. Zum Beispiel bool 1 ist wahr und 0 ist falsch. Also mit bool können Sie Wahrheitswerte erzeugen. Die Wahrheitswerte werden noch später in Bedingungen sehr nützlich sein. Bedingungen machen wir aber auch erst in der kommenden Vorlesung. Etwas komplexer als Zahlen sind Zeichenketten. Und das sind im Prinzip so die zwei elementaren Datentypen. Es gibt noch Listen, das ist so der dritte Typ. Die machen wir weiter aber auch nicht. Es gibt also Zahlen, Zeichenketten und Listen. Das sind die wichtigsten drei Datentypen. Und jetzt zeige ich mal noch, wie man mit Zeichenketten arbeitet. Ja, also es ist so Konvention, dass man, wenn man eine neue Programmiersprache lernt, zuerst Hallo Welt ausgibt. Das mache ich jetzt jetzt auch mal. Ich erzeuge mal eine neue Variable namens S und die bekommt die Zeichenkette Hallo Welt zugewiesen. Zeichenketten müssen in Anführungsstrichen sein. Das kennen Sie ja schon von SQL. Dort mussten Zeichenketten auch in Anführungsstrichen sein. Jetzt ist also Hallo Welt in S drin. Die Hochkommas gehören nicht zur Zeichenkette. Das signalisiert nur, dass das eine Zeichenkette ist. Ist also rein optisch. Und der Datentyp von S ist STR, also Spring Zeichenkette. Zeichenketten können auf zwei Arten definiert werden. Entweder mit einfachen Anführungsstrich, also mit Anführungszeichen oder mit Hochkomma. Das macht inhaltlich keinen Unterschied. Beide diese Zeichenketten sind vom Typ String. In manchen Programmiersprachen gibt es Einzelzeichen, also sogenannte Character. In Python nicht. In Python ist alles, was Text enthält, eine Zeichenkette. Macht es über den Einsteiger auf jeden Fall einfacher, dass Sie diesen Unterschied dann nicht beachten müssen. Was etwas widersinnig wirkt am Anfang, ist vielleicht Zeichenketten können addiert werden. Das heißt, mit einem Plus können Sie Zeichenketten verbinden. Ich lege mal fest, A hat den Wert Hallo und W hat den Wert Welt. Jetzt addiere ich mal die Zeichenketten mit einem Leerzeichen dazwischen und dann kommt raus Hallo Welt. Also das hängt Zeichenketten aneinander. Dann dieses H, das Hallo, dann dieses Leerzeichen hier und dann Welt. Also man soll es vielleicht nicht im mathematischen Sinn als Addition betrachten, das ist halt Operator Plus und der hat halt hier das Verhalten, dass Zeichenketten aneinander hängt. Im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen ist Python aber immer ein so Design, dass es verhindert, dass sie Daten addieren können. Ah ja, ja, erinnert gerade darauf hin, man kann auch Zeichenketten multiplizieren. Ja, das ist korrekt, das ist ein sehr merkwürdiges Feature, muss ich zugeben. Also wenn sie eine Zeichenkette multiplizieren, wird das einfach wiederholter. Ich mache jetzt mal ABC mal 3, jetzt haben sie ABC, ABC, ABC. Ich meine, das ist ein komisches Feature, das hat eigentlich keine andere Sprache, aber in Pipen können sie auch multiplizieren. Ja, ein was Gutes ist aber, sie können nur addieren, also sie können nur Sachen kombinieren, wenn sie vom gleichen Typ sind. Es gibt andere Sprachen, die wandeln das automatisch um, was sehr fehleranfällig ist. Sagen wir mal, wir möchten jetzt ausgeben, es ist, oh, es ist ja wirklich 15 Uhr gleich, sehr gutes Timing. Es ist 15 Uhr und dann kommt hier, also die Fehler sind immer sehr technisch, als Fehler kommt jetzt hier Type Error, can only concatenate String not int to String. Also er sagt uns jetzt, ich kann nur Strings an Strings anhängen und nicht Integer. Die Lösung ist also, wir müssen die 15 vorher noch casten, ist dann also, es ist String 15 Uhr. Ich meine, die meisten Sachen, die ich erzähle, gehen dann auch bei Listen auf die gleiche Art, Sie können auch Listen multiplizieren mit dem gleichen Verhalten. Das sehen Sie dann aber in der nächsten Vorherrung. Ja, also hier können Sie sehen, die 15 hier hat jetzt den korrekten Typ, ist jetzt auch eine Zeichenkette. Ja, natürlich ginge auch 15, das war einfach ein schlechtes Beispiel gewesen. Ich sag mal, Uhrzeit ist 15, also das hier würde mehr Sinn machen, es ist String Uhrzeit, Uhr, also es macht natürlich eher Sinn, wenn das eine Variable ist, wie dort oben macht es natürlich keinen Sinn, hätte ich auch gesagt, dass Sie hier schreiben können. Also dieses gecaste macht natürlich nur Sinn, wenn Sie keine Konstanten haben. Ja, und dann angenommen, Sie haben jetzt sowas wie, also 1 plus 1 geht natürlich nicht, und jetzt zeige ich euch mal, warum es wichtig ist, den Datentyp zu haben. Angenommen, Sie haben A gleich 1 und B gleich 1, dann ist A plus B gleich 2, ja, also das ist ja offensichtlich, das ist einfach die Addition von diesen zwei Zahlen, oder ich mach mal so hier mit 3. Also A ist gleich 1, B ist gleich 2, das ist bei Zahlen, und jetzt mache ich mal Zeichenketten, da kommt es natürlich 12 raus, weil das sind beides Zeichenketten, die werden mit Plus aneinander gereiht. Das heißt, syntaktisch ist das hier genau das gleiche, aber das Ergebnis ist anders, weil die Datentypen anders sind, also bei Zahlen wird addiert, bei Strings wird aneinander gereiht. Und das zeigt auch perfekt, warum es gut ist, dass Python sowas hier ablehnt, also zum Beispiel String 1 plus 1, weil das ist fehleranfällig, weil es könnte sein, dass dann wird es automatisch konvertiert werden, ist es von der Sprache abhängig, ob dort 11 rauskommt oder 2. Java-Skript hat zum Beispiel dieses komische Verhalten, aber in Python wird es einfach abgelehnt, das ist einfach sicherer. Mit der eingebauten Funktion LEN, die hatte ich schon mal von in irgendeiner anderen Vorlesung gezeigt, als ich über Unicode gesprochen hatte, mit der Funktion LEN können Sie die Länge einer Zeichenkette ermitteln, zum Beispiel Hallo Welt besteht aus 10 Zeichen, also 9 Buchstaben plus Leerzeichen, und die Länge ist nicht immer ganz offensichtlich, das hatte ich auch schon mal erwähnt, also so ein einzelner Emoji hier hat die Länge 1, aber so ein Emoji mit Hautfarbenmodifizierer hat die Länge 2, einfach weil dieser Hautfarbenmodifizierer ein zweiter Code-Punkt ist, der direkt dahinter steht, das hatte ich schon mal in einer anderen Vorlesung gezeigt, wo es um Unicode ging, Sie können mal das Video gucken, da hatte ich das noch mal ein paar Beispielen erklärt, aber generell für die typische Eingabe funktioniert LEN. Ja, also Sie können, also diese Zeichenketten können natürlich unterstützen, natürlich Unicode, das heißt Sie können es machen, Emoji ist gleich das, und den dann ausgeben, und Sie können natürlich die Dinger auch multiplizieren, Also hier punktet Python auf jeden Fall, dieser Unicode-Support hier in Zeichenketten ist auf jeden Fall keine Selbstverständlichkeit, in den meisten Programmiersprachen arbeiten die ganzen String-Funktionen auf Bytes, das heißt, also so ein Code-Punkt hat ja eine dynamische Länge, und in Python ist der Umgang mit Zeichenketten wirklich sehr einfach, einfach weil es funktioniert, weil Unicode unterstützt wird, in anderen Programmiersprachen ist das nicht so einfach, da können Sie in der Regel sowas überhaupt nicht sinnvoll darstellen, ohne Riesenabschlager, Aufriss. Das ist übrigens eine der inkompatiblen Änderungen in Python 3, in Python 2 ging das noch nicht, da waren Zeichenketten eine Aneinanderreihung von Bytes, und jetzt sind Zeichenketten immer Unicode. Das ist auch einer der Gründe, warum das Umstellen von Python 2 auf Python 3 so lang gedauert hat, weil viele halt Zeichenketten als Byte-Folgen interpretiert haben, und dann hat das Programm nicht mehr funktioniert. Man kann natürlich auch einzelne Zeichen aus zum Beispiel Hallo Welt hier extrahieren. Das geht mit dem Indexoperator. Der Indexoperator ist die eckige Klammer und Achtung, die Zählung beginnt bei 0. Wenn Sie schon mal so aus dem Matlab eingesetzt haben, dort beginnt ja die Zählung bei 1. In den meisten Programmiersprachen beginnt die Zählung bei 0. Das Zeichen bei Index 0 ist also das H und das Zeichen bei Index 6 ist das große W. Und natürlich können diese Sachen auch irgendwie kombiniert werden, zum Beispiel so hier. Da kommt ja halt groß H, groß W raus. Was auch sehr flexibel geht bei Python, was bei vielen Programmiersprachen auch nicht so schön geht, ist das Extrahieren von Zeichenketten Na ja, was mache ich, wenn sich Python im Rechnern aufhängt? Da klicken Sie mal, ich muss jetzt doch mal, ich mache mal kurz groß. Da klicken Sie auf das Stopp-Zeichen hier oben, also Interact the Kernel und wenn das nicht funktioniert, drücken Sie auf Restart the Kernel. Beim Restart the Kernel werden aber alle Variablen, die Sie bis jetzt definiert haben, entfernt. Das heißt, da müssen Sie noch mal die Definitionszellen, wie die hier, noch mal ausführen. Am besten erst mal nur Stopp probieren, das müssen Sie die anderen Zeilen noch mal ausführen. Der Text bleibt natürlich erhalten. Also es behält sich so wie bei diesem SQL-Magic-Ding, wenn man den Konne neu startet, muss man diese LordX-SQL-Zeile neu ausführen. Sie können auch Zahlenbereiche als sogenannten Slice angeben. Dort geben Sie an, von Anfangswert bis Endwert, zum Beispiel, ich möchte von 1 haben, also vom A, vom A bis zum O, das ist also 1 bis 5, und dann kommt hier Allo. Sie müssen beachten, der Stopp-Index ist, das ist ein nicht inklusives Intervall, das heißt, die 1 ist inklusive, die 5 ist nicht inklusive. Kommt also raus Allo, und wenn man einen der beiden Zahlen weglässt, geht es beim Start los, oder am Ende, oder bis zum Ende, also jetzt habe ich den Start weggelassen, und jetzt habe ich das Ende weggelassen, das heißt also, dann macht er einfach bis zum Ende der Zeichenkette. Das nennt sich Slicing, und das ist sehr nützlich, das kann man auch bei Listen verwenden. Sie haben ja vermutlich schon gemerkt, also alles, was ich ausführe, die letzte Anweisung wird von Jupiter immer ausgegeben, das ist ein reines Jupiter-Verhalten, wenn Sie zum Beispiel einen PyCharm programmieren, passiert das nicht, das liegt einfach an Jupiter, weil das so designt ist. Wenn Sie zwischendurch Sachen ausgeben möchten, geht das mit Print. Ich lege hier mal fest, es ist so 15, jetzt mache ich Print, S, und dann nochmal Print, S, I, Uhr, und jetzt werden diese zwei Zeilen hier ausgegeben, weil die in der Print-Anweisung sind. Also Print wird auf der Konsole ausgegeben. Wir haben hier ja keine Konsole, die Konsole ist stattdessen unser Webbrowser hier. Ich mache mal noch Print, was weiß ich, A, da haben Sie jetzt also A, es ist 15, es ist 15 Uhr. Also Print kann, können Sie mehrere Anweisungen ausgeben, das ist vor allem sehr praktisch, wenn Sie dann komplexere Sachen schreiben und so eine Art Debugger möchten, dann können Sie einfach den aktuellen Wert ausgeben. Und neben diesem Komma getrennten Print, also ich meine, das geht relativ gut, es geht aber noch 6,7er, das geht mit sogenannten, nennt sich dann F-String. Das ist eine neue Funktion in Python 3.6. Gut, neu, ich meine Python 3.6 gibt es auch schon seit zwei bis drei Jahren. Ich schreibe jetzt mal vor den, ich mache jetzt erst mal das hier, ich schreibe mal hin, es ist I Uhr S. So, wenn ich das ausgebe, passiert das hier, also der gibt mir aus, es ist geschweifte Xammer I, geschweifte Xammer zu, Uhr, geschweifte Xammer S, geschweifte Xammer zu. Also das hat anscheinend nicht funktioniert. Also das ist jetzt, wenn man einen ganz normalen String eingibt und Sie merken vielleicht schon, die deutsche Tastatur ist wirklich doof beim Programmieren, Sie haben auch eine eckige Klammern, geschweifte Klammern und so weiter und die sind halt alle irgendwie so auf Alt-Gr versteckt. So, und wenn ich da jetzt ein F davor schreibe und das wiederhole, kommt das hier raus. Also wenn Sie ein F davor schreiben, werden Dinge, die Sie in geschweifte Klammern schreiben, evaluiert. und das heißt, er wertet jetzt aus das I hier, das ist ja eine Acht und er wertet aus das S, das ist ja Hallo Welt. Das heißt, mit F-Strings können Sie relativ schön Zeichnersetzung machen und das schreibt sich halt viel schöner als das hier. Zum Beispiel S ist, das müsst ihr das ja irgendwie so machen, String E plus Uhr plus S plus Punkt. Also beides ergibt ja genau das gleiche, aber das oben ist eindeutig besser lesbar. Also die Zeichenkette wird ja schon als, ist ja schon in UTF-8 gespeichert, also Python verändert die Zeichenkette nicht. Python weiß halt nur, wie man das Zeichen zu interpretieren hat und gibt das halt korrekt aus. Warum man sich Print sparen kann? Weil das die letzte Zeile ist. Die letzte Zeile wird hier automatisch ausgegeben, also Sie könnten ja auch Print hinschreiben, aber es macht keinen Unterschied. Weil die letzte Zeile wird hier immer ausgewertet. Print brauchen Sie nur, wenn Sie mehr als eine Sache ausgeben wollen in einer Zelle. Die Anführungsstriche stehen für Zeichenkette. Und es gibt noch Steuerzeichen. Die häufigsten Steuerzeichen sind die folgenden, also Steuerzeichen werden mit einem Backslash eingeleitet. Was? Das hier? Na, das gibt jeweils eine Zeichenkette an. Dann kombiniere ich das. Ach so, ja, jetzt, ah, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Ja, stimmt, jetzt muss ich es sagen. Guter Einwand. Genau, also Print gibt ohne Anführungsstriche aus und das hier gibt mit Anführungsstrichen aus. Das liegt daran, diese Zeile wird hier dann durch die String. Also das hier wird ja jetzt, also da fragt Python ab, wie wird denn der String repräsentiert und deswegen werden hier Strings halt mit Apostrophe angegeben und wenn Sie Print machen, lernen Sie auf der Konsole und bei der Konsole gibt es keine Anführungsstriche drumherum, weil das eigentlich das ist, was der Nutzer sehen würde. Dort sind hier die Anführungsstriche, die Apostrophe unerwünscht und das hier ist halt wie der String intern von Python ausgegeben werden würde. Ach stimmt, das ist ein subtiler Unterschied, guter Einwand. Also wenn es themenbezogen ist, können Sie gerne Fragen stellen. So, jetzt noch zwei Sachen, zum einen Steuerzeichen. Steuerzeichen sind Sachen, die fangen mit Backslash an und haben ein bestimmtes Verhalten, zum Beispiel Backslash n ist ein Zeilenumbruch. Ich zeige das mal in verschiedenen Zeilen. Das hier mache ich mal das hier. So, Backslash n ist ein Zeilenumbruch. Das heißt, wenn ich jetzt hier Print mache, sehen Sie Zeile 1, Zeilenumbruch, noch eine Zeile. Backslash t ist der Tabulator. Tabulator wissen Sie ja, besteht meist, ist ja dazu da, um Spalten zu erzeugen. Das heißt, Backslash t ist der Tabulator. Manchmal möchte man in der Zeichenkette Anführungsstriche haben. In dem Fall müssen Sie die Anführungsstriche escapen, weil sonst denkt Python, Sie wollen den String beenden. Und um einen regulären Backslash zu machen, müssen Sie einen Backslash vor den Backslash schreiben. Man kann also sagen, der Backslash hat ein spezielles Verhalten, das ist in vielen Programmiersprachen so. Er gibt also dem Zeichen, was danach kommt, eine bestimmte Bedeutung. Das Gängigste, was Sie sehen werden, ist der Zeilnumbruch. Genau, also was natürlich auch geht, wie es hier genau richtig erwähnt wird, Sie können natürlich auch machen Print. Hallo Welt! Also diese zweite Art von Anführungsstrichen, von Zeichenketten mit Apostroph. Das geht natürlich auch. Also wenn Sie nur eins von den beiden haben, können Sie einfach hier dann mit Hochkomma arbeiten, dann geht es auch, da müssen Sie nicht escapen. So, und jetzt mache ich mal noch etwas, damit kann man Nutzer-Eingaben lesen und das geht mit Input. Hier in Jupyter wird dann so ein Textfeld erzeugt, wo man tippen kann und dann fragt er nach dem Nutzer. Ich zeige es nochmal. Also es kommt ein Textfeld, ich gebe meinen Namen ein, drücke Enter. Die Eingabe wird dann in der Variable Name gespeichert und dann kann mit der weitergearbeitet werden. Damit kann man also eine einfache Nutzerabfrage machen. Ja, und das war auch schon der heutige Pifen-Teil. Es werden jetzt behandelt Zahlen, Zuweisungen, Rechenoperatoren und Zeichenketten und wie man bei Zeichenketten zum Beispiel einzelne Buchstaben extrahieren kann. Mit diesen Funktionen kann man natürlich noch kein sinnvolles Programm schreiben. Also wir haben jetzt schon mal so ein Gefühl für die grundlegende Syntax bekommen. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns dann mit Listen und einfachen Funktionen. So, ich habe jetzt noch ein paar abschließend, ich habe jetzt noch ein paar Folien. Objektorientierte Programmierung werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Ich muss auch sagen, objektorientierte Programmierung ist eigentlich schon ein recht kompliziertes Konzept, könnte man sagen. Das heißt, wer noch nie programmiert hat, der wird damit vermutlich erhebliche Probleme haben. Ich werde mich primär so auf Funktionen beschränken. Ja, das finden Sie alles auf Twitch. So, kurz noch ein paar Sachen in eigener Sache. Also normalerweise, ich wollte Ihnen jetzt eigentlich noch so ein paar Videoempfehlungen geben. Normalerweise, wenn nicht gerade Pandemie ist, findet jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester ein vier-tagtäkiges Event statt. Das nennt sich Chaos Communication Congress. Das ist so ein Treffen der internationalen Hacker-Szene, kann man sagen. Und die Themen sind sehr weitreichend, zum Beispiel IT, vor allem IT-Sicherheit, Politik, Gesellschaft, Kunst, Kultur, also alles Mögliche, was man sich so überlegen kann. Das war immer so mein Highlight jedes Jahr, bin ich immer gerne, ich meine, das ist auch in Leipzig, da ist auch die Anreise nicht so kompliziert. Und die Vorträge werden auch alle gestreamt und aufgezeichnet und so weiter. Und dieses Jahr fällt es leider zum zweiten Mal aus, was ich persönlich sehr ärgerlich finde. aber man kann alle alten Vorträge auf httpsmedia.ccc.de schauen. Und ich habe hier mal so drei Videoempfehlungen verlinkt, es gibt natürlich noch viel mehr Videos. Wer noch ein gutes Video empfehlen kann, gerne mal im Chat erwähnen, falls jemand auch ein paar Videos kennt. Also was ich empfehlen kann, das ist auch für Leute, die keine Informatikkenntnisse haben. So, einer der Vorträge, also bei den Vorträgen von dem Herrn David Griesel kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Also bei Spiegel Mining, was hat er da gemacht, ohne zu weit vorzugreifen? Der hat einfach mal ein Jahr lang alle Artikel von spiegel.de automatisch heruntergeladen und dann Metadaten ausgewertet. Metadaten sind sowas wie, um welche Uhrzeit wurden die erstellt, von wem wurden sie erstellt und so weiter. Also solche Metadaten, die sie auch zum Beispiel bei WhatsApp erzeugen, also bei WhatsApp ist ja alles verschlüsselt, außer sowas wie, wann sind sie gerade online und wem haben sie eine Nachricht geschickt. Und allein mit diesen Sachen, ohne zu wissen, was in der Nachricht drinsteht, kann man halt sehr viele Informationen eigentlich schon über sie herausfinden. Und das macht er halt mal mit der Spiegelseite. Und ein Jahr später hat er es nochmal mit der Bahn, bei der Bahn gemacht. Da hat er auch nochmal Datamining bei der Bahn gemacht. Das ist auch ein sehr interessanter Vortrag. Und der letzte Vortrag vom Herr Linus Neumann, da erzählt er mal über so ein paar Sachen, warum halt IT in Deutschland überhaupt nicht funktioniert. Da hat er halt so mal so drei Negativbeispiele. Ja, stimmt. Der Herr Grieser hat auch noch einen Vortrag zu einem schwerwiegenden Fehler in Xerox-Scannern. Dort wurden beim Scannen Zahlen ersetzt. Ich fand halt der Vortrag, den wollte ich schon hier reinschreiben, aber ich fand den Ticken zu technisch. Aber wen das interessiert, suchen Sie mal nach einfach mal nach David Griesel und Scanner oder Xerox. Da finden Sie sofort das Video. Also wen das interessiert, Sie gerne mal reinschauen. Also bei den Bahnminingen hat er auf jeden Fall auch einen Punkt drin. Da erzählt er, bei welchen Bahnhöfen es sich eigentlich nicht lohnt, ein Ticket zu lösen. Weil ich glaube, sobald der Zug, was war es, eine Stunde zu spät ist oder so, fällt ja die Zugbindung aus. Und da hat er mal statistisch ermittelt, bei welchen Bahnhöfen passiert das denn über 50% der Fahrten. Also wo kann man einfach hingehen ohne Ticket und hoffen, dass die Zugbindung entfällt. Also man kauft sich ein billiges Ticket, hofft, dass der Zug entfällt und dann bei einem anderen Zug zu einer besseren Zeit oder so. Solche Späße hat er halt auch mal zum Spaß mal berechnet. Genau, das ist die Seite. Aufwand ist, die Animation ist so ein Blähzeichen mit einer Winkelkatze. Das ist auch so das Typ, ich meine, diese Idee mit Winkelkatze habe ich auch vom Kongress kopiert. Das ist die Katze eigentlich immer zu sehen. Okay, hier ist noch der Vorschlag, wie man ein Blackout verursacht von Matthias Dallheimer. Den habe ich, glaube ich, selber noch nicht geguckt. Werde ich dann wohl mal nachholen müssen, wenn der hier schon empfohlen wird. Genau, und das mit Trauerkeim-Scan, den du nicht selbst gefälscht hast, das ist dieser dritte Vortrag von David Grise. Genau. Ja, ansonsten dann mal danke für die Aufmerksamkeit. Das war bestimmt die letzte Veranstaltung für Sie in diesem Jahr, hoffe ich zumindest. Ja, dann wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten und ja, dann guten Rutsch und wir sehen uns ja dann relativ früh schon, ich glaube, direkt in der ersten Woche vom neuen Jahr. Ist ja diesmal eine recht kurze Pause nach Silvester.